Die Fachschule für Steintechnik und Steingestaltung widmet sich dem faszinierenden Material Naturstein in all seinen Arten, Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Diese ist im Haus vor allem bei Bodenbelägen, im Bad, im Wellness, aber auch bei Küchenarbeitsplatten zu finden. Im Außenbereich denken Sie bitte an wunderschöne Poolanlagen, Terrassenfassaden, aber auch an Wege, Plätze und Brunnenanlagen und natürlich auch an Garten- und Landschaftsbau. In der Ausbildung setzen wir in der ersten und zweiten Klasse auf die Vermittlung des traditionellen Handwerks. In der dritten und in der vierten Klasse wagen wir den Sprung in die digitale CNC-gesteuerte Zukunft. Naturstein ist das einzige Material, das von uns von Natur ausgegeben ist. Dieses Material brauchen wir nur in Form bringen. Es muss nicht gebrannt werden, es muss nicht raffineriert werden. Es ist ein Material, das wir von der Natur geschenkt bekommen. Unsere Fachschüler haben schon große Preise wie die WorldSkills, die Lehrlingspreise in Österreich gewonnen und bewähren sich in großer und auch in guter Weise am Arbeitsmarkt. Ich darf euch einladen zu uns zu kommen, es euch anzuschauen, zu testen, zu probieren, auch einmal einen Tag mit uns zu verbringen. Es lohnt sich. Unser Naturstein hat Zukunft. Untertitelung des ZDF, 2020 Was kommt nach der Fachschule? Die meisten unserer Absolventinnen finden einen Fachentschlägenberuf. Manche von ihnen kommen auch zurück, um hier die Bauhandwerkerschule zu besuchen, die mit der Meisterschule endet. Andere wiederum besuchen einen zweijährigen Aufbaulehrgang. Dieser endet mit einer vollwertigen Matura.